Viera und Danilo sind zwei von 20 Studierenden der Nationalen Luftfahrtuniversität in Kiew. Sie haben gerade ihr Studium und ihre Flugausbildung an der Tschechischen Technischen Universität in Prag begonnen. Die Gruppe wurde für die Ausbildung auf den Flughäfen in Karlsbad und Beneschow aufgeteilt, wo sie erst einmal mit Cessna-Flugzeugen üben. Das Projekt wurde auch durch Mittel aus dem Hilfsprogramm der tschechischen Regierung für die Ukraine und einem Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm der USA ermöglicht. Es ist sehr gut für uns, weil wir unsere Flughafen haben können und unsere Theorie, unsere Theorie für die Europäische Piloten sind. Das Programm ist übrigens nicht auf die Ausbildung von Militärpiloten ausgerichtet. Nein, nein, ich bin Civil Aviation. Ich weiß nichts über Militärpil.